Ich weiß nicht genau, was hier drin ist, aber die Jungs von Pokémon meinten, dass sie mir ein Display schütteln. Und ich hab's noch nicht aufgemacht. Wenn ihr wollt, könnt ihr kurz zusammen aufmachen. Ich muss nur kurz schauen, wie ihr Dress... Oh, es sind sogar zwei, glaub ich. Ah, nee, es ist ein Display und... Oh, shit, dope. Es sind zwei Decks und ein Display. Nice, Vivid Voltage, Bro. Ultra dope, holy shit. Nice, Farbestock auf Deutsch, Boys. Sick, und zwei Decks. Oh, damn, mit einem Hologlur drin. Sehr nice. Sind hier auch Booster drin oder sind das komplette Decks? Das sind komplette Decks. Okay, die Dinger gebe ich dir weiter an die Arche. Also, auf die anderen Decks, das hab ich auch so gemacht. Weil die brauche ich selber nicht. Und ich meine, für die ist es ganz cool, wenn die damit zocken können. Aber das können wir immer mal aufmachen, Bro. Das ist sick. Ich hab noch mega viel Pokémon-Stuff. Ich hab da hinten auch noch drei Displays. Aber gerade ist zu viel Pokémon-Stuff. Pokémon fack mich grad mehr ab, als dass es mir Spaß macht. Aber ich hab noch dieses hier. Das sind japanische Displays. Dieses find ich auch noch sehr geil. Und dieses hier. Aber keine Ahnung. Fuck in einem halben Jahr oder so. Ich hab kein Problem. Das heißt jetzt Content? Trotzdem sehr geil. Ja.